Im Startelf-Tipp ist tatsächlich mittlerweile fast wirklich der größte Block von diesen Vorberichten, weil wir haben wieder einiges zu besprechen. Und an Moinzen zum Vorbericht zum Spiel englische Woche Mittwochabend 2030 zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Ist natürlich jetzt so ein bisschen schwieriger gerade sich irgendwie richtig auf Wolfsburg zu konzentrieren und fokussieren, während hier gerade irgendwie alle anderen lustig den Fußball weiter an die Wand fahren, aber so ist es. Wolfsburg nächster Gegner steht vor uns in dieser extrem schweren Phase, die wir jetzt haben. Wir hatten Dortmund, jetzt Union hatten wir, jetzt kommt Wolfsburg, danach kommt ja auch noch Leipzig am Ende dieser englischen Woche am Sonntag. Wolfsburg erstmal recht peinlich ausgeschieden in der Euroleague-Quali, aber scheinbar ja auch gut. Typisches Dreifachbelastungsargument, gut, dass sie es nicht haben, weil jetzt stehen sie auf Platz 3. Hätten vielleicht nicht die meisten auf Platz 3 getippt vor der Saison. Champions-League-Kurs, die Champions-League-Ruf, sehr, sehr solide Saison. Aber letzte zwei Top-Spiele in Frankfurt und gegen Bayern verloren. Generell letzter Zeit eher Siege nur gegen Abstiegskampf-Kandidaten, nenne ich es einfach mal. Deswegen haben sie vielleicht auch diese kleine Angst noch im Hinterkopf, wie Frankfurt vielleicht auch, dass eben der BVB oder auch Leverkusen eben nochmal da ein bisschen Druck machen könnten und die Champions-League streitig machen könnten. Nächsten Spiele haben sie eben auch uns. Dann kommt Dortmund und dann spielen sie gegen Union. Also das ist alles andere als easy. Ex-VfBler im Kader bei Wolfsburg sind Ginczek und Bregalow. Sonst können die Wolfsburg quasi komplett aus dem Vollen schöpfen. Wieder mal anders wie bei uns natürlich. Aufzupassen ist bei uns natürlich auf Weghorst. Da kann sich auch dann hoffentlich die Abwehr wieder auszeichnen, wie es es auch schon gegen Haaland getan hat. Gegen BVB und den guten Weghorst da ein bisschen kalt stellen. Das letzte direkte Duell war ja das knappe 1 zu 0, was wir in Wolfsburg verloren haben. Ja, hätten wir Unschieden holen können, war auch eine Elfmeterszene dabei, die ein bisschen strittig war für uns, die nicht gegeben wurde. Man kennt es. Sonst macht uns aber unsere Statistik vielleicht tatsächlich ein bisschen Hoffnung gegen Wolfsburg. Eben speziell im Sinne von Heimspiele gegen Wolfsburg. Aus 22 Heimspielen gegen Wolfsburg, 14 Siege, 5-mal verloren und 3-mal Unschieden gespielt. Wir hatten kurz eine Phase, 2012 und 2014 insgesamt 3-mal in Folge gegen uns gewonnen, die Wolfsburger, auswärts aus Sicht von Wolfsburg bei uns, drumherum. Aber das letzte Mal dann halt davor war 2000, auch letztens 3 Heimspiele gegen Wolfsburg alle gewonnen, selbst in diesen absolut räudigen Abstiegs-Saisons. Deswegen, vielleicht ist das eine Statistik, die da für uns spricht. Tabellensituation, wie gesagt, Wolfsburg aktuell auf Platz 3, 1 Punkt vor Frankfurt und eben 5 vor Dortmund, vor dem größten Champions-League-Folger vermutlich. Wir auf Platz 10 verfolgen ja mit 4 Punkten Abstand weiterhin Gladbach und Union Berlin, um diesen 7. Platz ja immer noch so ein bisschen 5 Spiele noch zu gehen, 15 Punkte also noch zu holen. Wolfsburg hatte ich irgendwie ganz glasklar als Heimstärker abgespeichert, aber keine Ahnung. Heims sowie Aussatz-Tabelle, Wolfsburg auch dort Dritter. In jeder Tabelle, die es irgendwie gibt, gefühlt Dritter. Wir sind ja Elfter in der Heimtabelle, Wolfsburg in der Rückrundentabelle Vierter, also doch nicht überall Dritter. Wir sind der Siebter, Rollen also eigentlich klar verteilt. Trotz allem habe ich auch trotzdem das Gefühl, dass, weil du eben zu Hause spielst, irgendwas drin sein könnte. Weil auswärts wäre es wohl genauso aussichtslos, wie es vermutlich auch, wenn wir ehrlich sind, am Sonntag in Leipzig sein wird. Aber mal sehen. Zum jetzigen Zeitpunkt mal wieder keine Pressekonferenz mit drin hier. Im Startelf-Tipp ist tatsächlich mittlerweile fast wirklich der größte Block von diesen Vorberichten, weil wir haben wieder einiges zu besprechen. Änderungen muss es für mich ganz klar geben. So ist auch natürlich auch wieder keine eingespielte Mannschaft möglich, aber ist es auch einfach von Grund auf nicht. Die Stammspieler-Ausfälle bleiben halt einfach. Kempf kommt zurück. Dafür fehlt einmal Vorpanos mit der fünften Game. Diesmal die tauschen da so ein bisschen. Da halt die Frage, ob du halt Kaminski, Stenzel oder Karasor dann in die IV rücken lässt. Eigentlich würde ich gerne Kaminski nochmal sehen, aber von der Position her wurde ja Dinos meist eher von Stenzel ersetzt. Deswegen sehe ich da auch Stenzel. Das sollte, glaube ich, auch positionsmäßig besser aufgehoben sein, als noch in der Startelf gegen Union. Wer aber recht sicher zurückkommt, ist Borna Sosa. Sehr, sehr wichtig. Wird wahrscheinlich auch Karlajic happy sein mit, dass er wieder zurück ist. Bei Gonzalez kenne ich einfach keinen Stand. Also habe ich auch keinen Stand, der irgendwie Hoffnung machen könnte. Vielleicht im Kader für Sonntag in Leipzig, aber für das Spiel glaube ich noch nicht. Tommy rückt für mich vor auf die 10 quasi und dann will ich sie mal von Beginn an sehen über rechts. Hat ja auch schon ganz kurz funktioniert mal diese linke Ecke da. Sosa, Tommy, Karlajic. Von dem her kann man es glaube ich nochmal versuchen, das Ding. Bin ja selber wirklich kein großer Fan von irgendwie krass, auf Leute einen haten oder so oder die irgendwie fertig machen. Extrem junger Kader, extrem ambitionierter Kader, talentierter Kader. Aber man muss denen Zeit geben. Trotzdem gibt es ein paar Sachen, die ich nicht nochmal sehen müssen will. Also das ist zum Beispiel diese Ecke mit Endo, Karasur, Stenzel. Das ging nicht, das will ich nicht nochmal sehen. Endo bleibt da auf der 6, klare Geschichte. Daneben ist die Frage, bringst du Castro, bringst du Ahamada, Castro über 90 Minuten draußen geblieben. Ist vielleicht so ein kleiner Wink in die Richtung, dass du eben die Leute jetzt spielen lässt, die auch bleiben. Und auch für diese Frankreich-Youngstoss-Connection über rechts will ich Ahamada sehen. Neben Endo, davor muss neben Tommy auf der 10 quasi auch, ja, da muss Förster spielen. Koulibaly darf auch gerne mal wieder auf die Bank. Das ist, keine Ahnung, das will irgendwie nicht so. Wir haben da einige gerade, die immer, wenn sie reinkommen, Bock haben, die Ehrgeiz zeigen. Aber wo es halt am Ende des Tages immer nochmal ein Ball verspringt und da nichts draus wird. Und es halt irgendwie noch nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Startauf aber damit durch. Interessant ist noch, gibt es ein bisschen die Gerüchte, dass vielleicht mal Sanko in den Kader rückt. Wenn er auf der Ersatzbank sitzt, wäre natürlich auch sehr interessant. Unser Youngster da mit 17 Jahren, der auch, ja, doch schon mit ein bisschen Hype kam. Mal gucken, wann der hier bei uns Profis Fuß fassen kann. Und zum Schluss wie immer die Prognose. Hier natürlich wieder sehr gerne abstimmen im Community-Tab. Sieg und Niederlage. Und natürlich gerne auch genauerer Ergebnistipp und genauere Prognose. Ja, Situation spricht eigentlich gegen uns, muss man so sagen. Niederlage, Stammspieler fehlen, Champions-League-Anwärter kommt. Aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass da was geht am Mittwochabend. Weil wir eben zu Hause gegen Wolfsburg spielen, die in den letzten Spielen auch eher gegen deutlich schwächere Teamspunkte eingefahren haben. Deswegen, wer weiß. Irgendwie, ich will die Hoffnung nicht ganz aufgeben. Man geht ja quasi jetzt um nichts mehr. Europa ist ja schon ein bisschen verspielt fast mit dem Spiel gegen Union. Deswegen kannst du da jetzt ein bisschen testen, ein bisschen vorbereiten auf die nächste Saison. Ein bisschen frei aufspielen lassen. Parallel spielt am Mittwoch auch der gesamte Rest um Platz 7 quasi. Auch Freiburg wäre, wenn eben das Berlin-Spiel nicht abgesagt wäre. Also wird es auch ein sehr interessanter Stream neben unserem Spiel noch. Und eben, da wir es selbst geschafft haben, in den reudigsten Abstiegssaisons überhaupt, Wolfsburg zu Hause zu besiegen, in den reudigsten Phasen, packen wir das Ding auch am Mittwoch. Ich mache den guten alten, man kennt ihn, man hasst ihn, wie auch immer. Guter alter 3 zu 1 Tipp. Wir schlagen Wolfsburg am Mittwochabend, 20.30 Uhr mit 3 zu 1. Und auch hier wieder der gesamte Spieltag neben mir getippt. Ich glaube, ich habe am letzten ziemlich hart reingeschissen. Mal gucken, wie es diesmal aussieht. Aber hier habt ihr nochmal die Tipps für den gesamten Englische Woche, Dienstag-Mittwoch-Spieltag. Und damit war es das von dem Vorbericht zum Spiel gegen Wolfsburg. Wir sehen uns am Mittwochabend. Und dann bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jürgen